guten tag meine lieben freunde der coc welt ich möchte heute ja das erste video zu den bogenchecks machen also ganz ehrlich ich war ja leicht also ganz leicht geflasht also ich dachte mir wie würde nico eventuell sagen alles klar aber das sagen ja natürlich viele und ich dachte echt als so naja vielleicht kommen halt wirklich irgendwie 400 500 kommentare oder sowas ja es sind momentan 600 also somit weiß ich definitiv okay da habe ich den nerv von euch getroffen und dann werden natürlich bogenchecks gemacht in einem stream wird es das denke ich mal also ich würde jetzt einfach mal so sagen ich werfe das mal in raum ich sage jetzt einfach mal bei 20k werde ich auf jeden fall wieder stream das ist natürlich eine ganz klare sache vielleicht auch immer wieder mal so ein zwischen streamchen oder sowas aber wie gesagt hier wird auf jeden fall jetzt ja bogencheck gemacht ich habe mir hier so ein random picker rausgesucht hier dass man halt die ganzen kommentare halt raussuchen kann sonst geht das ja gar nicht nebenbei das video was ja heute also ich bringe dieses video ja heute also ich bin heute donnerstag und so wisst ihr habe ich ja gerade das andere video noch hochgeladen loot vor poggis und da habe ich noch gar nicht weiter durchgeguckt also es wird dann auch wieder denke ich mal ein kommentar video kommen dass ich wieder ein paar kommentare beantworte und so weiter und sofort von daher ist auf jeden fall mein normaler queen walk sozusagen wie ich ihn ja ja am anfang gemacht habe beziehungsweise bis vor kurzem halt wirklich nur die heiler nur die mauerbrecher und halt bogis oder barbaren halt ja doch wirklich was in der abänderungsphase was ja auch denke ich besser ist das heißt also dass ich wirklich ja eben auch anders angreifen werde das bin halt eben noch so ein bisschen am feilen wie das dann so alles stattfinden wird so jetzt gucken wir mal hier was wir hier bringen können wir haben die zwei free spells wo es ja grundsätzlich in dem letzten video halt auch aber ja schade die entfernung ist halt so aber mit den free spells das hat mir auch gefallen weil ich ja dann nur noch die free spells hatte dann dachte ich auch das liegt ja gar nicht so verkehrt und ich habe dann echt am ende die zeit gesehen und denke mir scheiße weil du halt wirklich am ende noch gequatscht hast beziehungsweise am anfang des angriffs halt noch ein bisschen zu viel gequatscht hast hat dir die zeit gefehlt also es haben ja nicht mal truppen gefehlt ich hätte ja wirklich nur einfach so ein bisschen ein paar sekündchen mehr zeit gebraucht und das wäre es ja gewesen aber wie gesagt mir ist halt eben ganz ganz wichtig nicht wie dieser super tolle saubermann dazustehen und zu sagen hier guckt mal hier meine gesamten angriffe sind halt super geil und wie auch immer für jeden der sich wundert warum ist dann jetzt wieder champ 3 ich kann euch gleich noch mal reingucken lassen im an hoh sehr geil schön 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 kriegen wir hin den ja ich sag mal das sollte man auf jeden fall kriegen aber grundsätzlich halt ist es wirklich so ich habe echt nicht die zeit es ist nicht dass ich jetzt sage ich habe keinen bock drauf nee 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 gar nicht aber ich habe die zeit halt wirklich gerade momentan nicht und deswegen halt super wenige angriffe und jetzt kommt der knüller mein datenvolumen für diesen monat war nicht nur einmal alle dass das habe ich dann aufgeladen was ich bin dann echt zu ihr kennt mich ja mittlerweile ich bin einfach zu geizig zu sagen nö also jetzt nochmal fünf euro für irgendwie 200 mb ja so ist teuer ist es bei mir die will ich einfach nicht raushauen und von daher sage ich dann gut okay man kann über das dienst handy immer noch mal kurz ein bisschen tedern also hier tethering einstellen dass ich über das eben den hotspot mache und dann läuft das halt auch und den rest ist halt so und fertig aus und da habe ich dann einfach keinen bock drauf so jetzt haue ich hier auch noch mal so ein bisschen was raus dass der king halt auch am leben bleibt ja und deswegen ist das halt so wie es momentan ist und jetzt habe ich wieder was vergessen was ich sagen wollte nee aber deswegen ist es halt so dass ich jetzt momentan halt wieder mit den pokis halt leider ein bisschen weiter runter bin aber ansonsten ist das halt echt hier oben eine geile sache mit dem liga bonus also ich meine wenn man jetzt 50 prozent noch macht also sprich dann noch einen schönen tuster hinlegt dann ist es halt wirklich so ab 60 prozent halt wirklich 90 prozent des liga bonus was will man mehr und das ist halt schon echt eine geile nummer weil ich muss nicht viel tun den king sollten wir jetzt hier mal ein bisschen dem müssen wir mal ein bisschen helfen hier jetzt würde ich fast überlegen oh wie lahm sind denn die heiler bitte oder wurden die die ganze zeit weg gepustet das kann natürlich auch sein habe ich gar nicht darauf geachtet das ist halt das problem man hat zwei helden und dann ja naja der eine kommt ein bisschen zu kurz jetzt haue ich den hier hin weil die queen wird ja gleich weiter gehen ganz genau jetzt ziehen die heiler nach und jetzt haben wir halt noch genügend optionen um zu sagen gut okay komm hier wir machen die 50 prozent fertig also sprich mit den schweinen oder mit den luckys je nachdem kriegen wir ihn hier ist auch wieder so episch weit weg wo man sich sonst denkt naja warum halten sie das oder warum schießen die denn jetzt wirklich so extremst weit jetzt gucke ich gerade mal hier haben wir nur noch splash damage ja aber das geht jetzt ich glaube da geht es dauernd ja da würde sie dauernd gehen passt mir ich habe wieder ein bisschen bonus mitgenommen und fertig aber ja sehr gut sehr gut aber ich muss halt auch wirklich sagen wenn man halt eben wirklich so inaktiv halt momentan ist dann klar dann ist natürlich auch mit den mauern geht dann auch nicht wirklich viel weiter weil klar ist so ein bisschen es wird halt einem auch wieder alles geklaut und jetzt zeige ich euch das mal angriffslok hier vor einer minute vor acht stunden vor 23 ein tag drei ein tag acht zwei tage 19 da direkt hintereinander wieder mal schön drei tage drei ja also seht ihr selber ja das halt nicht wirklich viel los ist deswegen ist das halt momentan so ich glaube da müsste sogar noch mein mein rate mit drin sein hier oder den ich dann eben sozusagen gestern ja genau das war doch der hier ja genau also seht ihr wie krass also es ist ja jetzt das war am aufgenommen wurde das ja am montag halt und heute haben wir donnerstag also seht ihr wie viel ich jetzt momentan spiele aber wie gesagt nicht weil es mir nicht spaß macht sondern weil ich wirklich halt echt keine zeit dafür habe mehr ist es einfach nicht so jetzt würde ich sagen die heiler die kann ich die heiler genau die helden kann ich auf jeden fall hoch ballern das ist easy und ja ach komm hier haben wir auch noch mal kurz ein boost rein weil booster passt schon echt also das läuft muss ich ja einfach mal so sagen oh jetzt werden das aber ein bisschen viel schweine ey komm 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 wir wollen hier keine schweine eskalation das muss dann nicht sein und dann habe ich aber genug zeug dann habe ich das zeug dann habe ich das zeug baue mir den rest hier noch zusammen das muss nicht mal irgendwie gejammt werden oder sowas aber ich hätte sonst wieder zu viele Mauerbrecher alter verwalter so und dann haben wir nämlich noch schön ein paar barbs rein und dann läuft das so und jetzt kommen wir zu euch hier haben wir in eis und feuer 2 weil es den nur einmal gab gut deswegen war es auch nicht weiter wild ohne hashtag haben wir den justin haben wir sogar zweimal ich weiß nicht ob es beides seine accounts sind es auf jeden fall möchte er den level 94 account mal abgecheckt haben und er sagt er ist townhall 9 gucken wir mal also 94 townhall 9 da fällt mir auf 94 ohne ohne jetzt weiter rauf zu gucken ist der normalfall sage ich jetzt also wie gesagt bei meinem bruder war es mit 89 von townhall 8 auf 9 bus der war echt so ein extrem kranker suchti das ist denke ich mal klar andere sagen natürlich auch es geht noch schneller aber ich sag mal so normal ist halt wirklich irgendwas zwischen sage ich jetzt mal 89 und 95 meiner meinung nach wo man um und bei so dann auf townhall 9 gehen sollte weil man halt so weit gemäxt im achterbereich war hier fällt mir auf also ich will gar nicht rummeckern mit den mauern das ist okay also klar wäre es natürlich geil gewesen wenn du die halt eben alle hochgezogen hättest okay aber ich will jetzt nicht so wer weiß wie rummeckern und zwar ist das natürlich geil hier mit dem dunklen elixir was aber auf jeden fall in in meiner erfahrung da kann ich ja wirklich was dazu sagen es ist ja nicht einfach so nur naja das könnte ja so sein sondern das was du hier hast bringt ihr effektiv in dem bereich was und in dem bereich was klar du wirst hier höchstwahrscheinlich möchte ich jetzt einfach mal sagen eventuell teslas haben und das meine meine frage an dich was hält dich davon ab die mauern hier auch noch weiter nach drüben zu setzen weil du hast halt wirklich das problem die bogies können halt trotzdem über diese mauer rüberschießen und das war es dann auch schon wieder deswegen habe ich das ja eben bei mir auch gemacht stell das eventuell wenn du jetzt sagst gut okay kommen ich will halt wirklich die queen zum beispiel jetzt erst mal auf 10 bringen das heißt also da rein geht jetzt mein gesamtes augenmerk macht das so dass du das entweder wenn du jetzt nicht mehr so viel mauern hast du sagst ist alles ein bisschen tricky dann würde ich an deiner stelle sagen einfach wirklich auch weiter auseinander sorry das wollte ich nicht weiter auseinander oder so wie ich das beim meinem rathaus hatte ich ich weiß jetzt gar nicht ob ich es doch ich habe es doch momentan immer noch so also rathaus frei eine mauer dann wieder weit genug frei und dann noch mal eine mauer rum also so eine doppelte mauer dass du halt wirklich sagen kannst okay da kommt auch kein boogie ran wie gesagt die wahrscheinlichkeit dass du ja trotzdem noch irgendwie auseinandergenommen wirst kann natürlich trotzdem relativ groß sein klar aber wie gesagt die variante wie du das hier aufgestellt hast bringt dir keine punkte in meinen augen das ist noch nicht ausreichend an sicherheit zusätzlich dazu ist halt die sache die klar wenn du jetzt zum beispiel von nuns zum beispiel angegriffen wirst das sage ich ja immer wieder mit den teslas ist das grundsätzlich eine richtig geile abwehr sache also wie gesagt ich gehe davon aus dass du einfach die teslas hier hast und da aber wir sagt bitte nicht vergessen die teslas ploppen auf die loons gehen halt nur wenn du jetzt von nuns angegriffen wirst gehen halt erst mal primär nur auf die dev gebäude so die loons würden sozusagen deinem dunklen lager gar nichts tun wenn du aber die direkt neben dem die teslas direkt neben dem dunklen lager hast klar passiert was passieren muss die werfen ihre bomben und dann ist natürlich wieder ende da wirst du natürlich auch wieder ganz schön abkassiert deswegen würde ich das nicht so machen ansonsten sieht man hier dass dir wirklich halt nur das dunkle ja interessant ist sage ich mal weil du halt den rest halt draußen zu stehen hast wobei ich da auch noch ein bisschen mehr mein fokus auf eine sache legen würde also sprich nee nee kann ich nicht mehr sagen auf eine sache weil du machst es jetzt momentan auf eine sache also nur das dunkle aber pack doch zum beispiel wenn du sagst ah naja so ein bisschen gold würde ich aber auch gerne haben dann pack doch wirklich nur das elec so weit raus und dann eben das gold vielleicht doch noch ein bisschen weiter rein mach das doch so dass du zum beispiel hier das gold dahin tust würde ich jetzt sagen und dann eventuell den boogie turm raus so eine sache oder eher dann den magiaturm raus ein bisschen weiter nur so als als ja tipp am rande ansonsten hier so eine sachen gehen mega also hier gegen gegen riesen besonders halt richtig geil die laufen von einer def zur nächsten und werden einfach nur schön in der luft gesprengt und fertig aus das ist richtig bosshaft also wie gesagt da besser kann man wirklich seine sprung fallen nicht nutzen einwandfrei das läuft auf jeden fall gucken wir mal was hast du hier sonst noch hier genau hier auch richtig gemacht meiner meinung nach hier hast du die goldmine und eine bauhütte die halt unwichtig ist weiter nach vorne dass die halt ja abgeschossen werden kann und da war nicht wirklich viel passiert ansonsten hier eben auch die da die ist schon fast ein bisschen wenig ja wie soll ich sagen beschützt aber wir brauchen jetzt nicht über beschützen reden wenn wir in gold 2 sind von daher passt das auf jeden fall läuft und dann ist das gut townhall mäßig denke ich einfach wirklich dass du halt gesagt hast gut okay ich kann ja mein townhall nicht mehr draußen zu stehen haben weil ich denke halt wirklich das ist so ein bisschen farming das heißt also du willst halt nicht dass er dir einfach nur das townhall weg snackt und dann halt unter 30 prozent ist sondern das ist halt eine möglichkeit für jemanden der hochgehen möchte der kriegt dein townhall auf jeden fall aber ich würde sagen du willst nichts anderes beziehungsweise nichts dunkles verschenken das wäre so meine meine entscheidung beziehungsweise mein gesichtspunkt so wie ich deine base einschätzen würde passt ansonsten wie gesagt mit den magiatürmen die sind schön verteilt luftabwehr ist super gut verteilt die minenwerfer sind auch okay weil so schnell kommt man da auch nicht ran also dass das passt so weit wie gesagt hier natürlich auch wieder so eine sache pustet halt auch ein bisschen in die base rein Weiß ich nicht wie gesagt ich würde immer so ein bisschen raus aus der base so Das soll es aber dazu gewesen sein und dann gucken war wie es jetzt gerade bei mir hier noch aussieht weil da habe ich so krass lange gequatscht schlimm aber wie gesagt ist halt besser als wenn man nur sagt ja hier guck mal die die base und fertig das war's dazu jetzt gucken wir uns noch mal an ob ich irgendeiner wir gucken mal killer 7 7 7 2 an Jihau Ähm Na ich weiß gerade nicht nee also nee nee das sorry sorry killer aber das ist halt Das gilt halt auch schon als gerusht finde ich das ist schon ganz schön krass und wie gesagt das ist ja nicht so dass ich jetzt sage Man ist jetzt irgendwie schlecht oder wie auch immer bloß wie gesagt es ist halt Man kann ja in jeden anderen clan auch reingehen so ist es ja nicht das ist ja nicht so dass ich jetzt sage naja hier Du kannst nichts oder sowas so ist das ja auch absolut gar nicht aufzufassen So das haben wir Aber wie gesagt ich habe es bei ich habe es bei lichtle gesehen lichtle hat neben mir gesessen und ich habe es mit dem loot gesehen Echt dass man sich das echt richtig richtig verscherzen kann mit sowas dass man sich denkt gut okay komm hier Lass mal townhall 11 gehen und dann stehst du da und dann hast du nicht mehr ordentliche Sachen am start weil du halt nichts ordentliches bekommst mehr an gegnern die dir halt eben glut geben und dann ist der spaß denke ich mal wirklich schnell weg Ja ist auch gerade ist gerade nicht mal maxed townhall 8 Ist tut mir leid sorry nee geht geht leider nicht wie wie gesagt ist keine Keine wertung von dir selber natürlich sondern von der base halt Ich würde gerne Nee zumal da wurde er eh komplett platt gemacht aber ich will kodi nicht nicht zu sehr bevorzugen ich will natürlich dann auch mal andere Zeigen hier vom clasher zum beispiel ohne hier In meister 3 Gucken wir mal was er gebracht hat Also ich würde sagen kleinen moment das wird hier gleich eine richtig knappe kiste also ich würde denken hier wird er auf jeden fall Den rage verballern müssen es sei denn er haut jetzt wirklich noch truppen raus weil ansonsten klappt das in der kombo nicht Weil wir haben den bogeyturm splash damage vom minenwerfer vollkommen banane aber wir haben auch zusätzlich Noch die kanone ich denke das klappt nicht So jetzt gucken wir mal Gut gut gewesen das halt abgelenkt wurde Das hast du gut gemacht clasher So jetzt zwei kanonen ihr seht gerade selber zwei kanonen das reicht schon um die queen halt down zu bekommen sage ich mal besonders wenn man halt Nur mit drei heilern unterwegs ist aber hast du wirklich glück gehabt bis jetzt hier splash damage kein thema aber hier der bogeyturm wieder Aber ich bin echt gespannt wie du dich hältst ich würde auch denken du hast nur vier mauerbrecher bei also du wirst wirklich außenrum laufen Jetzt hast du hier den vorteil kleinen moment Ihr seht es noch nicht ich kann wetten dass jetzt gleich klar Seht ihr selber da luftfeger da heiler Richtig richtig vorteilhaft und da hat er also spricht der F-positiv von wie auch immer Hat da Definitiv in meinen augen fehler gemacht weil mit dem queen walk halt die queen wäre halt oder die geht halt außenrum aber Die heiler würden normalerweise ja schön Hier lang gehen und schön in die luftabwehr rein rennen und jetzt ist halt der Verteidiger selber schuld dran dass es für dich besser läuft weil die werden kurz weggeschoben Und dann werden sie nicht von der luftabwehr gehittet und dann war es das Guckt mal ganz genau Und jetzt hier gleich noch ein golli gedroppt guckt mal jetzt ganz genau jetzt seht ihr das ganz genau werden schön Weggeschubst und gut ist Ich muss wieder outlook zu machen und geht ja gar nicht und So und jetzt geht es natürlich hier richtig richtig los Und wie gesagt dafür ich meine das war ein death-gebäude ein death-gebäude was einfach dem verteidiger erstens nichts gebracht hat und zweitens dem dem angreifer sogar noch was gebracht hat Ja dann schlechter kann ich ein death-gebäude nicht hinstellen ist meine meinung So jetzt sind wir drin herzlich willkommen was macht ja okay aber da hätte ich fast gesagt ey der haut doch den hiel raus Guck mal jetzt geht der könig da und Hättest du doch nicht machen müssen den hättest du doch noch schön gehealt oder Aber gucken wir mal okay jetzt haust du halt die ganze schweine party rein okay und sagst halt gut okay jetzt will ich es komplett wissen okay Naja du wusstest dass hier eine riesenbombe war ich habe die anderen jetzt gerade hier hier war noch was war und dann hast du dir gesagt gut okay Riesenbomben sind weg kann mir nicht mehr viel passieren räume ich mit dem schwein hinterher auf passt natürlich zeitlich dann richtig gut Weil wenn die die ganze death aufgeräumt haben dann ist natürlich Easy going und du kommst halt schnell durch die base ohne dass dir die zeit wegläuft auf jeden fall Das stimmt schon ich meine wäre natürlich auch geil bei mir wenn ich dann halt da sitze und dann sagen kann gut okay hier schön die Die townhall neuner eben gleich gefreestart da oben auf jeden fall Das das stimmt schon das will ich absolut nicht abstreiten So jetzt gucken wir mal wir können wieder angreifen wir haben nämlich alles full Und dann war das halt eine längere folge aber ich glaube das werdet ihr mir auch verzeihen Ich skippe euch wieder raus wenn es wieder länger dauern sollte Schauen wir mal Hier haben wir ein townhall neuner und da ist es halt so wo ich auch gesagt sieben pokies Aber wir haben richtig low helden wir haben die luftfeger in eine richtung gestellt wo ich mir auch sagen gut okay Und wir haben halt auch wirklich gut dunkles am start Und da möchte ich natürlich dann gerne noch mal reingehen gucken wir mal hier wir haben unsere sechs heiler die wir hier jetzt gleich Positionieren ganz ganz frech sind wir da und haben hier natürlich auch den splash der mit schon abgefedert hier Der ist beschäftigt und dann können wir natürlich dann auch hier schon sagen hallo hier sind wir Wir wollen da gerne mal rein so gucken wir mal hier schön gedroppt Yep das läuft bei uns So ich lasse jetzt noch alles andere an klein zeug und so lasse ich jetzt noch hier Weil ich das halt wirklich probieren will noch irgendwie anders anzugreifen So jetzt gucke ich mal wir könnten hier ein problem kriegen mit dieser luftabwehr Dass die noch auf die heiler geht mal schauen So jetzt kommt die queen gleich die gegnerische Ja das passt gerade noch so Ach kommt leute ich will kein risiko eingehen wir haben den rage spell ja super da wäre es jetzt eh zu ende gewesen wir haben den rage spell ja eh Die zauberspruch fabrik ja eh im Boost von daher ist es kein thema Hm jetzt wird es hier eben kritisch ich will aber nicht meine schweine schweine wasten Weil das muss ja nicht sein so jetzt gucken wir aber mal jetzt wird es nämlich hier echt interessant ich will die von hier raushauen Und jetzt müssen wir da agieren Sonst geht das hier genau das ist gut das ist gut das ist alles okay Jetzt mach aber bitte mal dass du hier kaputt machst und so alter Hau doch mal hier Okay der eine heiler nur noch ja okay das ist dann halt so Da geht mir dann die queen down So jetzt gucken wir aber mal dass wir das irgendwie hier nämlich ein bisschen besser hinbekommen genau wir machen da und wir machen da Und da zahlt sich das dann halt wirklich aus dieses Okay wir gucken mal und hauen man nicht gleich irgendwie alle truppen raus weil wenn ich jetzt hier dann doch noch irgendwie die 50 prozent mache Hier zwei luckys hier Genau dann na da sind die bogentürme das geht nicht Aber ich denke mal das sollte hier ganz gut passen 35 wir haben auch noch die cb Wo können wir denn reingehen gehen wir gehen wir hier mal rein Weil wir Eventuell noch Bodentruppen ich weiß nicht was doch ich habe den golem drinnen ja genau dann kann ich mit dem golem auf jeden fall reingehen Und dann natürlich logischerweise gleich hinterher Ja klar wäre ich ja schön blöd wenn ich das nicht machen würde wenn ich so einen schönen schutz dran habe Und dann klar ich meine muss man auch sagen ich meine es ist nur in townhall 9 Und da müssen eigentlich auch immer zwei sterne sein also ich glaube wirklich Den queen walk muss ich so weit abändern dass ich da auf jeden fall immer diese zwei mindestens immer diese zwei sterne raus hole Ansonsten ist das halt echt nicht ausreichend So king geht down ein mann frei hier holen wir uns noch ein bisschen was Der golem kriegt natürlich gerade richtig böse aufs zimmer Aber so ist das Cool zeit ist eh weg also passt aber Ja ich sage mal mit anderen taktiken hätte man hier locker aufgeräumt Wir haben aber schön dunkles gezogen Wie gesagt die queen ist eh Im boost modus von daher passt das Scheiße das video ist momentan 27 minuten lang ich schneide das natürlich noch ein bisschen kleiner Aber das ist schon ziemlich eskalation jetzt gucken wir mal was für eine schatzkammer noch haben Ja 300.000 das ist nicht viel Das reicht leider nicht Wir sehen uns beim nächsten mal ich hoffe es hat euch gefallen und es hat euch natürlich dann auch gefallen dass ihr dann zwei videos an einem tag habt Cooles ding haut rein Ciao ciao